Servus und willkommen zum weiteren Part von Let's Play Final Fantasy XII The Zodiac Age. Im letzten Part haben wir Ball von Heim erreicht. Und wir sollten unseren Hintern ganz schnell Richtung hier, ähm, wie heißt sie? Äh, Geo Regen bewegen. Und zwar ganz schnell. Das werden wir auch machen. Panello ist mit einem neuen Bogen bestückt. Und Wahn hat einen neuen Einhändler. Und ist nebenbei auf der Be 38 aufgestiegen. Mit der Waffe schlägt er alles. Da müssen wir jetzt komplett runter in den verwunschenen Wald. Wir müssen eh nochmal an die Fondküste danach. Da ist dort, äh, noch was gibt, was man exoten schimpft. Äh, ja, die hat bei viermalen Nebenbei erschlagen. Ich habe auch mal einen Ausfluss für die Werke. Ich habe mich nicht aufgericht, was man bewegt. Ich bin nicht von diesem. Ich bin nicht von der Waffe schlägt. Ich kann von der Waffe schlägt wieder in den Waffe schlägt. Äh, das sind nicht so viele Sachen. Oh, das war nicht so weit. Da ist nicht so weit, wie auch immer. Wenn er mit einem Angriff macht, waren ja schon 2k Damage. Ich kann mir nicht wissen, wie viel er mal mit... ...so Sachen wie Hit-Expander drücken würde. Okay. Das ist also der Effekt Kampfunfähig. Bist du tot. So, Dalla. Unser Weg darf sich weder in die Paramina schluchten... ...dialant Köras. Jörg, das können wir mal fahren. So, da da. Wiegler, mach mal. Auch gleich auf Ball 4. So, hier geht's dann in eine lange Richtung. Ja. Erstmal eine Falle. Weil die Luxuspelze bringen eine Menge Cash ein. Oh nein, ist schon wieder ein Kerberhaus. Was haben wir denn da, Schickes? Eine Karte des verwunschenen Waldes. Interessant. Dieser Trendartige interessiert mich leider eher weniger. Ich würde ihn gerne klatschen, aber mir sind die. Ja, Feuer. Hardes Club. Genau hinter dem bin ich her. Ja. Ja. Und dann machen wir nochmal wie klar weiß magie wie klar anello das ist ja gar nichts die katze kommt letzt sabotiert allerdings haben wir ein hartes pelz bekommen passt kann ich erst mal saven wo altes versiegt so na geht doch der weg ist freigelegt Was hängt da runter? Erstmal ein paar Angriffe und dann... Soll... Ja, ich hab auf den richtigen gezielt. Ich musste leider ein bisschen Zeit verstreicht lassen, dass ich auch wirklich feststelle, dass ich auch richtig gezielt habe. Wenn die mehr wir mitnehmen, desto besser. Hängt das Biste einfach runter? Hängt das Komplette Biste einfach runter? Hängt das Komplette Mist wieder runter? Ja, auch für Wasser war das zu vieles Gute. Wirklich nicht mal behaupten. Nein! Nein! Also Panello hat das Set komplett rausgehauen. Wann hat nur Mana raus und... Ich habe das! 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 Ja! Ich habe das! so, nicht anders. Das war ein letztes Aufbäumen. Unser Piquinier, Paladin Jäger und unsere Weitläuferin haben es doch geschaukelt bekommen. So, dann geht's hier gleich wieder raus. Müssen wir jetzt nur auf dem Weg bleiben und dann sollten wir nach Judo Wägen kommen. Weißmaki, wie klar auf... So. Ein Kronus-Trenn, ein Chitim-Panzer, ein Winkel-Krystal, nehme ich alles. Ja. 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 Tja. Hätten sie nicht gedacht, dass da Leute kommen, obwohl sie unter Levit sind, sich wehren können. Hätten die ganzen Käfer wohl nicht gedacht. Okay, hier wird's lustig sein. Okay, hier nicht. So, noch mal hier einen Äther. Oh, noch ein Stimpanzer, den können wir alles brauchen. So, da war ich dann dann Expotion. So, da war ich. So, da war ich. So, da war ich. Und wie heißt das schon X Faktor? Das ist unfassbar. Man muss die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. So, da war ich. So, da war ich. So, da war ich. So, da war ich. Okay, ich bin der Weg zu finden. Okay. So, da war ich. Okay, ich bin der Weg zu finden. Gut, dann kommen wir hier erst einmal durch. Okay. Dann landen wir wieder hier oben. Auch wenn mir das gut zum Trainieren ist. So, dann sollte warm schon mal jemanden her. Dann können wir den Phönix wiederholen, nämlich Panello. Fertigkeiten Weißmagie. Engel auf Ash. Engel auf Barsch. Ja, bitte. Ja, bitte. Näher betrachten, wie deine Stimme hält. Okay. 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 Oh! Gut, dann holt er Barsch und Ash wieder. Weiß mal die Siegler auf Ash. So, ist ja auch wieder. So, gebe ich hier mal schnell den letzten X-Potion, den ich habe. Okay. Da reagiert es nicht drauf. Weiß ich das schon mal. Nice, Hanello ist aufgestiegen und erst mal ein Engel. Holst sie nebenbei mal Barsch wieder. Gut. So, er hat schwarze Magie, sie hat weiße Magie. Phönix Feder. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Sieht zwar aus wie der Eingang, diese Sache nicht. Angenehmes, es wächst und gedeiht. Das Team hier hat. Wenn ich hier grad so rumirre. So ein Wahrheits... Okay, dann kann ich hier einfach durchlatschen, weil das ist... So, dann ist Fran wieder fit. Dann muss ich auf jedes... Verdammte... Teil gucken. Okay, Sonnenfangen, Sonnenfangen. Aber das juckt eher weniger Duplikette. Okay. Vielleicht kann ich von... Nö. Die drei sagen mir das Gleiche. Der sagt nix. Der ist mir sass. Das mal so zu sagen. Der ist mir suspekt. Okay, der gibt nichts preis. Der ist mir so zu sagen. Mana gebastet. Okay, da hab ich wieder was mit mir. War das eine Illusion? Alles klar. Das war die Illusion. Ja, die Monster ziehen Anfang Niveau, würde ich mal behaupten. Das sind Falle. Ich habe verloren. So, dann nehme ich hier mal ganz schnell die Beine in die Hand. Und sieh zu, dass ich Land gewinne. Wasp? Kommt! Ich bin dran, Schuh Cut. Kommt! Kommt! Phew! Wasp! Wasp! Woh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, das war auch wieder eine Illusion. Gut, dann werden wir hier wieder in der Illusion aufgelaufen. Da wo der Text kommt, das ist die Wahrheit. Okay, das ist die Wahrheit. Okay, das ist die Wahrheit. Gut, dann wissen wir, in der Mitte ist das Original. Wenn wir den Weg jetzt hier folgen, kommen wir hier lang. Okay. Das kann es sicher nicht sein. Gut, dann muss ich von hier aus... So langs... Nicht wundern, dass ich jetzt gerade nicht viel rede. Hm-mhm. Da nicht... Dann muss ich schauen, dass ich... Nice, Ash ist aufgestiegen. Nee, der Weg passt auch nicht. Gut. Ich weiß ja, das kommt die Häuser hier mal nebenbei rum. So, dann hat das... Das haben wir... Gut, das schlägt nicht an. Dann müssen wir schauen, dass hoffentlich das links anschlägt. Die Mitte hat angeschlagen und oben hat angeschlagen. Den Weg müssen wir wirklich suchen. Auch wenn es jetzt sehr viel... Äh, ja. So viel nicht. Nice, den Kristalliten nehme ich gerne. Gut. Mitte, oben, links. Was können wir das sagen? Es hat nicht der jeweils in der Hälfte gerecht, es ist eine Finte. Gut, daraus muss ich nicht geistig an die Linie schlagen. Und jetzt ziehen. Nice, Barsch ist auch gerade eben aufgestiegen. Jetzt können wir nebenbei alles schön zum Training nutzen. Damit mir die Kämpfe ja nicht allzu knapp ausfallen. Okay, Mitte, Mitte, oben, links, unten. Erstmal ein Gegengift. Alles klar, Mitte, oben, links, unten. Gut, an dem Pfosten war es nicht, an dem Pfosten auch nicht. Und jetzt fahren wir zwischen den Bäumen durch. Dann kommen wir hier an. Dann kommen wir hier an. Nein. Denn, das ist ein concentrated included. Okay. Okay, deren Kleid's verbeýt ist, sagen wir es tatsächlich für deinem Vize-Version da nicht an. Also table die Pfosten Fazit hat, zu Kunden nur auf der Kälte selbst. Also das seht, weil wir neben dem Druck Defender, okay. Gut. Hat irgendwas mit? Da müsst sie tun. Ich bin dran. Alles klar. Unten. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Und. Jetzt sind wir hier gleich komplett durch. Schau mal. Mal, wo der Weg mich hier langführt. Weiß ich nicht noch. Tada! Inschrift lesen. Sterbliche sollen erliegen, dem ihren Wahn bewiesen Wesen allein können. Kampfmitglieder war hier. Nice. Weil wir was Dämonisches gerufen haben. Ja, der Part hat auch wieder busy die Länge bekommen. Ja, Belias, ich hab dich auch lieb. Das antike Girovegan. Girovegan, oder Girovegan, wenn man sie im Deutsch ausspricht. Du musst. Aber das ist nicht so. Auf den Farben schlalken des Himmels des Himmels im Dein gegründet. Was ist es, Fran? The mist runs thick here Like on the leviathan? Do not worry, I will behave myself The mist here is cold I sense something like the shadow here For now It appears Cid has yet to arrive We will lie and wait for him here So we are not going inside? Not unless you want to end up twisted Like the old man Dann wir ein Speicher zurück What is it? She can see him Let's follow her So lala So lala Das riecht mir noch nach einem Bosskampf Aber nicht Mehr in diesem Part Ich hoffe es hat euch soweit gefallen Ich weiß, ich habe ein bisschen ewig gebraucht Bei dem Rätsel Hätte ich es gleich gemacht, hätte ich mir sehr viel Zeit gespart Und ich sage bis dann Ciao, ciao 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 Ciao